Lieber guter Weihnachtsmann, jetzt ist es soweit, jetzt bist du dran. Mein Chef ist nämlich Rechtsanwalt, der klagt dich an und stellt dich keit. Schon seit vielen hundert Jahren bist du nun durch das Land gefahren, ohne nur man Schild und Licht, auch TÜV und ASU gab es nicht. Nun tun sie mir den Gefallen und gehen sie mir nur auf den Sack. Verschwenden sie weder meine Zeit noch ihre Mahlzeit nicht, ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.